Auch ich habe immer gedacht, dass Vorsorge eher Leute in einem fortgeschrittenen Alter interessiert. Aber seit ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, weiß ich, es ist nie zu früh, sich damit auseinanderzusetzen. Die Vorsorge hat viele Aspekte, wie zum Beispiel die Absicherung des Partners, die Tragbarkeit der Immobilie oder sicherstellen können, dass man sich sein Hobby weiterhin leisten kann. Kommt zu einem unverbindlichen Erstgespräch vorbei. Wir zeigen Ihnen gerne auf, was wir unserer 360-Grad-Beratung verstehen. In einem weiteren Schritt unterstützen uns unsere internen Fachexperten. Die LLB ist seit 20 Jahren bekannt für private Finanzplanungen im Liechtenstein. Ich bin Michele Polverino und wir beraten Sie gerne.